Hier wird nur die Kontur noch einmal deutlicher präsentiert. Die Behandlung erfolgt hier in der üblichen Art und Weise, wie wir das auch hier seit Jahren durchführen. Und am Ende der Behandlung hat Silvia die perfekte Lippe, die sie ja von Natur aus schon mit sich bringt. Und wir nur noch die Konturen noch einmal fein definieren und eine leichte Volumenzugabe geben, damit die Lippen noch vitaler ausschauen. Untertitelung des ZDF, 2020